Bestimmt erinnert ihr euch noch an die Community Challenge vom letzten Jahr. Da habe ich euch darum gebeten, mir Sprichworte zu visualisieren, beziehungsweise Sprichworte oder Redewendungen, die halt irgendwie bildhaft darstellen, sodass es möglichst rätselhaft ist. Die sollte ich dann erraten. Und von der Aktion habe ich noch einen Haufen Bilder übrig. Ich fände es ein bisschen blöd, wenn die jetzt einfach auf dem Rechner vergammeln, weil ich meine, ihr habt euch ja die Mühe gemacht. Deswegen dachte ich, ich mache noch einen dritten Teil. Allerdings muss ich das alles ein bisschen anders angehen als beim letzten Teil, nämlich ich kann hier schlecht in der Wohnung rumhupen, dann schneide ich mein Video selbst. Das heißt, ich kann mich auch nicht überraschen. Also ich kann hier schlechtes Video schneiden und dann mir selber vorspielen. Ja, ich glaube, das ist das und das. Macht keinen Sinn. Jedenfalls werden wir das jetzt anders machen. Und zwar, ich habe da ein Video zusammengeschnibbelt, das so ein bisschen quizartig ist. Naja, es ist ein Quiz. Und zwar hatte ich auch so das Gefühl, dass bei der Community Challenge 10 Sekunden so ein bisschen wenig sind. Und deswegen habe ich es hochgeschraubt auf 25 Sekunden. Bedeutet, jedes Bild steht 25 Sekunden, in der Zeit könnt ihr wild raten. Und dann gibt es die Auflösung, um welches Sprichwort es sich handelt. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie viele Punkte ihr gemacht habt. Jedes Bild gibt einen Punkt, also jedes richtig erratene Bild. Und ich würde sagen, wenn ihr es unter 5 Sekunden schafft, dann gibt es eine doppelte Punktzahl. Das heißt, scheiße, ich weiß jetzt nicht, wie viele Bilder ich reingeschnitten habe. Ich zähle nochmal nach und dann blende ich sie ein. Und ansonsten viel Spaß mit dem Quiz. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wenn euch das gefallen hat, dann packe ich euch hier noch die anderen zwei Teile hin, bei denen ich wild mitgeraten habe. Mehr schlecht als recht, aber egal. Ansonsten lasst ein Like da und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Passt auf euch auf.